Moin! Im heutigen Study History Video schauen wir uns mal den Begriff der Gerechtigkeit an und vergleichen, was John Rawls und Robert Nozick unter dem Begriff verstanden haben. Viel Spaß! Fangen wir zunächst mit dem Gerechtigkeitsbegriff nach John Rawls an. John Rawls war ein amerikanischer Philosoph, der sich in seinem Werk A Theory of Justice aus dem Jahr 1971 mit dem Gerechtigkeitsbegriff beschäftigt hat. Im Zusammenhang mit Rawls wird auch von Gerechtigkeit als Fairness gesprochen. Rawls führt nämlich aus, dass eine Gesellschaft nur gerecht ist, wenn die Institutionen einer Gesellschaft so gestaltet sind, dass sie dafür sorgen, dass alle Bürger die gleichen Freiheiten und Grundrechte haben. Außerdem sollen Umverteilungen stattfinden, sodass die Position von schlechter Gestellten, etwa mithilfe von Steuern oder Abgaben, verbessert wird. Zur Begründung seines Verständnisses verwendet Rawls den sogenannten Schleier des Nichtwissens, der am Anfang auf eine Gesellschaft gelegt wird. Unter diesem Schleier wissen die Mitglieder der Gesellschaft nichts über ihre eigenen Fähigkeiten, Eigenschaften oder ihre spätere soziale Stellung. Aus dieser Perspektive sollen die Mitglieder dann eine Gesellschaftsordnung wählen, die so gerecht wie möglich ist, um die eigenen Interessen zu schützen. Da sie diese Interessen aber gar nicht wissen, kommt es eben zu einer Gemeinschaft, die den Fokus auf die Chancengleichheit aller setzt. Bei Rawls Gerechtigkeitsverständnis wird deswegen auch von Chancengerechtigkeit gesprochen. Daraus leitet Rawls zwei große Gerechtigkeitsgrundsätze ab. Der erste Grundsatz der Gerechtigkeit wird auch als Freiheitsprinzip bezeichnet und meint, dass jeder das umfangreichste Gesamtsystem an gleichen Grundfreiheiten haben soll, das für alle möglich ist. So kann nicht jeder uneingeschränkte Grundrechte haben, da die Grundrechte des einen da aufhören, wo die des anderen beginnen. Sein zweites Prinzip bezieht sich auf die Verteilung von Wohlstand und die Art der sozialen und wirtschaftlichen Ungleichheiten, die zwei Merkmale haben müssen. Erstens müssen diese Ungleichheiten unter der Einschränkung des gerechten Spargrundsatzes denen, die am wenigsten begünstigt sind, den größtmöglichen Vorteil bringen, was auch als Differenzprinzip bezeichnet wird, und zweitens müssen diese Ungleichheiten mit Ämtern und Positionen verbunden sein, die allen Bürgern gemäß der fairen Chancengleichheit offen stehen. Hierbei wird also vom Prinzip der Chancengleichheit gesprochen. Nun kann es aber geschehen, dass diese Grundsätze miteinander in Konflikt geraten. So könne zum Beispiel überlegt werden, die Freiheit des Einzelnen einzuschränken, wenn dafür das Wohl aller garantiert wird. Um zu schauen, ob so etwas geht oder nicht, müssen wir uns die Vorrangsregeln anschauen, die Rawls selbst festgelegt hat. Die erste Vorrangsregel sagt aus, dass die Freiheit Vorrang hat und die Freiheit nur um der Freiheit willen eingeschränkt werden kann. Laut Rawls kann das also nur geschehen, wenn die eingeschränkte Freiheit des Einzelnen zur Folge hat, dass das Gesamtsystem der Freiheiten für alle gestärkt wird. Die zweite Vorrangsregel beschreibt den Vorrang der Chancengerechtigkeit vor dem Differenzprinzip. Dieser Vorrang gilt entweder, wenn eine Chancenungleichheit die Chancen der Benachteiligten verbessert oder wenn eine besonders hohe Sparrate die Last der von ihr Betroffenen insgesamt mildert. Zusammenfassend spricht Rawls also von Gerechtigkeit als Chancengerechtigkeit, die der Staat umsetzen soll, was durch Umverteilungen geschieht. Begründet wird dieses Gerechtigkeitsverständnis mit einer Gesellschaft unter dem Schleier des Nichtwissens, die eine für jeden faire Ordnung entwirft. Daraus leitet Rawls das Freiheitsprinzip sowie das Differenzprinzip und das Chancengleichheitsprinzip ab, welche auch miteinander in Konkurrenz stehen können. Dafür gibt Rawls dann noch zwei Vorrangsregeln für bestimmte Fälle an. Schauen wir also im zweiten Schritt auf das Gerechtigkeitsverständnis nach Robert Nozick. Wie John Rawls war Robert Nozick ein amerikanischer Philosoph. Er ist besonders bekannt für sein Werk Anarchy, State and Utopia, in dem er sich auch mit dem Gerechtigkeitsbegriff beschäftigt. Das Werk erschien im Jahr 1974, also drei Jahre nach der Veröffentlichung von Rawls' A Theory of Justice. Nozicks Theorie der Gerechtigkeit lässt sich als libertär beschreiben und baut auf den Rechten der Individuen und einer minimalen Regierung auf. Im Zusammenhang mit dieser Theorie wird auch von Leistungsgerechtigkeit gesprochen. Bei der Begründung seiner Theorie beginnt er beim Naturzustand des Menschen, wie er sich auch bei John Locke findet. John Locke haben wir uns in einem anderen Video schon angeschaut, das findet ihr oben auf der Infokarte. In einem solchen Naturzustand befindet man sich in einem Zustand der vollkommenen Freiheit und der Gleichheit und hat eine Verpflichtung zur Selbsterhaltung. Bei Nozick liegt der Fokus auf dem Individuum, das durch sein Recht auf Eigentum geschützt ist. Deswegen findet sich bei Nozick auch keine Rechtfertigung dafür, den einen zugunsten eines anderen zu bevorteilen oder jemandem für Umverteilung etwas wegzunehmen. Hier ist die Gleichheit kein erstrebenswertes Ziel, sodass Ungleichstellung in einer Gesellschaft für Nozick nicht ungerecht ist, solange sie durch freiwillige Tätigkeiten wie Handelsaktivitäten oder freiwillige Übereinkünfte entstanden ist. Schließlich hat jedes Individuum das Recht, seine Fähigkeiten und Fertigkeiten auszunutzen, um sich selbst zu bereichern. Es handelt sich also um eine sehr utilitaristische Vorstellung, bei der der Nutzen für das Individuum im Vordergrund steht. Die Individuen, die bei Nozick im Zentrum stehen, haben somit auch keine Verpflichtungen gegenüber dem Staat und auch sei zum Beispiel das Zahlen von Steuern ungerecht, da in die Rechte und das Eigentum des Individuums eingegriffen wird. Er schreibt sogar selbst, dass die Besteuerung von Arbeitseinkommen mit Zwangsarbeit gleichzusetzen sei. Somit lässt er sich als der Vertreter eines radikalen Liberalismus beschreiben, in welchem sich der Staat aus den Wirtschaftsprozessen überwiegend raushalten sollte und stattdessen der freie Markt für das höchste Maß an Gerechtigkeit sorgt. Der Staat hat damit eine minimale Funktion, die sich darauf beschränkt, die Freiheit und Rechte der Individuen zu schützen. Dieses Gerechtigkeitsverständnis stellt also die Leistungsgerechtigkeit und das Individuum in den Fokus und meint, dass Ungleichheit nicht gleich und Gerechtigkeit sein muss. Der Staat hat die Aufgabe, die Rechte des Einzelnen zu schützen und darf nicht gleichzeitig in die Rechte des Einzelnen eingreifen, was etwa durch Steuern geschehen würde. Also, dann schauen wir uns mal die beiden Philosophen im Vergleich an. Dafür lassen sich die folgenden Kriterien heranziehen. Gerechtigkeitsgrundsätze, die Rechte und Verpflichtungen der Bürger gegenüber dem Staat, die Begründungen des zulässigen Ausmaßes an Ungleichheit und die Funktionen des Staates. Mit Blick auf die Gerechtigkeitsgrundsätze findet sich bei Rawls klar die Chancengerechtigkeit, während Nozick auf die Leistungsgerechtigkeit verweist. Nach Rawls hätten die Bürger deshalb die Verpflichtung, durch Steuern und Abgaben dafür zu sorgen, dass die schlechter Gestellten besser gestellt werden. Bei Nozick hingegen sind solche Verpflichtungen gegenüber dem Staat ein Eingriff in die Rechte des Individuums und seien daher ungerecht. Rawls toleriert Ungleichheiten nur dann, wenn sie allen zugutekommen. Wir erinnern uns an das Differenzprinzip und das Prinzip der Chancengleichheit. Für Nozick hingegen ist ein unterschiedlicher Stand an Besitz, Eigentum und Chancen irrelevant, solange dieser legal zustande gekommen ist. Zugleich verweist er darauf, dass die Funktion eines Staates lediglich darin besteht, die individuellen Eigentumsrechte zu fördern, womit er einen Minimalstaat als Ziel hat. Rawls hingegen fordert vom Staat die Durchsetzung der Chancengleichheit, die mithilfe einer Umverteilung durch eine möglichst unparteiische Regierung gelingt. So, das war's dann auch schon mit diesem Study History Video. Lasst gerne einen Like oder ein Abo da, wenn euch dieses Video gefallen hat. Checkt jetzt noch das hier links eingeblendete Video oder die hier rechts eingeblendete Playlist ab. Und dann war's das von unserer Seite. Tschö! 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 Tschö!